Jo, Freunde, Zetofs hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und in diesem Video, Leute, besprechen wir diese beiden SBCs. Diese werde ich abschließen, die 88 plus Tots Upgrade SBC, aber für diese fehlen mir leider die Münzen. Ja, beziehungsweise die Münzen nicht ganz, aber die Spieler, die ich abgeben möchte. Denn die Münzen möchte ich behalten, denn ich möchte mir noch einen sehr, sehr geilen Spieler fürs Team holen. Aufs Team geht, kann ich gleich auch noch eingeben. Ich kann euch erstmal zeigen für die letzte Weekend League, wie mein Team aussieht. Aber diese SBC schließen wir heute ab. Hier brauchen wir quasi nur ein 85 Rating, 35 Team Schmier und Anzahl der Spieler 11. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen was runtergehen kann. Diese Spieler gebe ich ab. Ich kann aber alle verkraften, außer Lorente. Lorente hat es mir jetzt zwar sehr, sehr gut gefallen, aber es gibt bessere, die ich habe. Kann ich hier noch runtergehen? Aber hier noch, ne? Ne, kann ich auch nicht. Okay, okay, okay. Dann gebe ich diese Spieler ab. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche. Wir ziehen 88+, ein 88+, aus jedem Team of the Season. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und bevor wir das Pack öffnen, gehen wir nochmal ganz kurz auf die Deluxe-SBC. Denn hier bekommen wir einen Tots-Spieler 90+, aus Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A oder League, äh, also quasi ein besseres Tots-Upgrade-Pack. Allerdings sind hier keine Reste auf der Welt-Spieler oder sowas drin, wie zum Beispiel ein Tavernier oder ein Nani, den man auch aus dem 88+, ziehen kann. Aber aus diesem Pack nicht. Trotzdem würde ich dieses Pack empfehlen, Leute. Ich kann es euch ganz kurz zeigen, wie teuer das ist. Das ist ein 87er-Rating, ja. Ein 87er, hier braucht man nicht mal eine Inform, sondern hier braucht man mindestens ein Team of the Season, ja. Und 87er-Rating, 30-Team-Spieler ist okay. Allerdings kann ich diese SPC noch nicht machen. Vielleicht mache ich sie noch. Wenn ja, werde ich sie schon nicht auf Twitter posten. Deswegen folgt mir sehr, sehr gerne auf Twitter. Link ist in der Videobeschreibung, genauso wie auf Instagram. Habe ich mit Privataccounts auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, Leute, machen wir kurz das Pack offen. Aber sonst kam leider kein Konto draus. Ich habe es gesehen, Leute. Ich habe geguckt. Es kam leider, in Anführungsstrichen, nur die beiden SPCs. Leider kein neuer Spieler, den man abschießen kann. So hätte ich ihn natürlich mit euch besprochen. Ich würde sagen, Leute, wir machen das Pack in 3, 2, 1 und öffnen es mit der Nase. Let's go. Okay, Leute, ich bin gespannt. Gib mir einen spielbaren Spieler. Come on. Come on. Gib mir einen spielbaren Spieler. Ich bin auf die Fahne gespannt. Spanien? ZM? Nein, oder? Nein, oder? Da! Was? 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 Irgendwie gut, wenn er spielbar ist. Aber ich habe den doch gerade in rot abgegeben. Ach, wie Ace-Bots. Venkula, Kabbal Kanada, Alter. Ich... Ja, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, wen habt ihr gezogen. Macht ihr beide Packs? Habt ihr nur eins gemacht? Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Ich bin raus. Haut rein. Und ciao. Und dann, wenn ich die Kommentare schreibe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.